Ja, hallo YouTube. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Survive Fallout 4. Endlich läuft das Spiel wieder. Ja, es läuft, Gott sei Dank. Ähm, was haben wir denn vor? Ich hab's vergessen. Ich hatte jetzt fünf Tage Pause. Davon bekommt ihr ja nichts mit, da ich ja... Äh, im Voraus... Was ist City Manager Tracking? Plots awaiting upgrades, new construction signs, last visit. Äh? Was will der von mir? Äh... Ja. Okay, das ist wahrscheinlich hier. Raiderprobleme. Machen wir das doch. Ich glaub, das wollten wir auch. Eine Raiderbande aus der Gegend terrorisiert Oberlandstation. Ich muss sie finden und dafür sorgen, dass sie nie wieder eine Bedrohung für jemanden sind. Tüte die Raider im Backstreet Apparel. Das heißt, wir müssen ab in die City. Ähm... Aber, was haben wir denn? So, Lethargie, Ermüdung, AP-Renegation, du benötigst häufig Schlaf, ausgetrocknet, gegrillter Redfish, Nahrung, Tragekapazität erhöht. Oh, wir sind aber auch ganz schön voll. Bevor wir dann gehen... Preston, hast du eigentlich auch noch was? Ja, Preston hat seine Rüstung halt schon kaputt. Hey! Schieß los! Ja, ich schieß gleich. Äh... Kein Problem. Ich wollte mal... Äh... Er hat ja auch nichts Großartiges. Ich dachte, er hätte wahrscheinlich irgendwas... X-Transfer. Schrott haben wir auch nicht. Wieso sind wir dann so voll? Wir haben auch nur drei... Drei. Und das ist unser... Aufbreitiges Wassergut haben wir da. Dandy, Boy, Apfel... Blutblatt brauchen wir erstmal nicht. Ohne Futter in der Dose. Das behalten wir mal, weil... Naja, das können wir hier lassen. Das nehmen wir auch nicht mit. Jet, okay. Kräuterschmerzmittel, okay. Köterkeule nehmen wir mit. Leuchtende Pils. Haben wir hier eine... Muss ich gleich mal gucken. Haben wir hier eine Laborstation? Können wir Antibiotikum herstellen. Haben wir hier irgendwo eine? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Wunderlich. Wunderlich. Nö, ne? Das wäre ja auch wunderlich. Hier. Ist der Handy. Hä? Was ist da? Was willst du damit? Äh, alles lagern. Ja. Okay. Ex-Transfer. Ja gut. Wir bräuchten eventuell... Wir bräuchten eventuell... Was ist jetzt damit? Naja. Das wollen wir behalten. Ähm, ja. Köterkeule, ich nehme alles mit. Leuchtende Pilze nehmen wir auch mit. Nuka können wir mal hier... Zwei lassen oder drei. Haben wir hier was zum Kochen? Weiß ich nicht. Das lassen wir dann auch hier. Das lassen wir auch hier. Es geht um Speicheln. Oh, Stealthburg kann man auch hier lassen. Verstrahltes Blut. Lassen wir auch hier. Ja, 110 haben wir jetzt. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Machen wir unser Right-Away weg hier. Right-Away. Right-Away. Wo haben wir es denn? Du bist hungrig. Ja, okay. Wir haben ja hier... Köterkeule. Drogen machen hungrig. Haben wir denn Wasser irgendwo? Damit wir mal was trinken, bevor wir gehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich baue jetzt mal eben... Ich habe es schon gesehen hier. Ja, wir gehen in die Stadt, du. Gut. Gut. In die Richtung müssen wir. Bei der Oberland-Station kommen wir doch vorbei, oder? Na. Wir müssen da hin. Bientorn-Brauerei ist dort. Oh je. Waren wir da schon mal drinnen? Weiß ich nicht mehr. Also... Im Survival-Bereich glaube ich nicht, oder? Mhm. Ansonsten gehen wir erstmal hier am Wasser entlang und dann darüber. Könnten wir auch machen. Ja, machen wir das. Gehen wir mal was entlang. So. Ich denke, das ist erstmal das Beste für uns. Was war das? Dieses Geräusch. Da ein Köfferchen. Haarklammer. Hosenträger und Hemd brauchen wir nicht. So. Uns ist hier nichts. Aber das Licht, das gefällt mir, das ist schön hell. Nicht so grünlich. Aber wir brauchen es nicht. Können ja hier noch einschauen. Fleisch vom Michelin. Oh, Pris. Porto deiner. Ach, komm. Ist auch nichts. Hat's hier was irgendwas? Nein. Und hier hat's wahrscheinlich dann auch nichts. Genau. Oh, ich bin da. Da hole ich. Ja, gut. So. Laufen wir am See entlang. Am See. Am Fluss. Am See. Bis zu einem gewissen Punkt. Und dann überqueren wir den Fluss. Was? Ich weiß. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Beantown Brauerei. Das wäre jetzt Beantown Brauerei. Was da los ist. Ich weiß es nicht. Aber wiederum. Wenn ich jetzt nicht da reingehe, vergesse ich es, jemals da rein zu gehen. Also los. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir da drinne waren. Was ist denn da? Okay. Hier haben wir noch genug Schuss. So. Dann kommen, wer will. Erstmal draußen umgucken. Müllarm hat nix. Ja, ich bin am überlegen, dass wir immer schön, wenn wir etwas entdecken, auch direkt mal reingehen. Kann natürlich nach hinten losgehen, wenn wir zu schwach sind und die Gegner zu stark. Aber. Na komm. Nix. Press. Nix. Nix. Kein Krummel. Nix. Aber. Besser ist es. Weil man weiß ja nicht. Im Survival-Modus. Man da jemals noch vorbeikommt. Die sind zu. Ja. Und hier. Auch nix. Ich hör was. Ich komm auch nicht rein. Achso. Okay. Okay. Ja, ja. Okay, wir gehen rein. So. Ich hoffe, das mit der Lautstärke ist okay. Preston. Jawohl, ja. Ja. Was? Hey. Rinder. Schauen wir mal, was da los ist. Ich hab keine Ahnung mehr. Total verletzt. Oh ja. Warte. Da draußen ist was. Das ist sie. Was ist das? Äh. Moment mal. War ich jetzt schon hier? Nee, kann man hier, 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 hier. Kräuter schmerzt nicht mehr. Hilft das? Keine Ahnung. Nee. Äh. Ich wollt mal gucken. Hab ich es den Pack? Ja, hab ich doch. Ermüdung. Ja, komm. Der Brüder. 38er. Sonst nix, was ich erstmal brauche. Okay, Raider-Leder oder so könnten wir gebrauchen. Ich hab was gehört. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Du siehst du Spenster. Ich werde dich finden. Aha. Okay. Ich hoffe, du bist gut. Da. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Okay. Gut. Noch wer? Okay. Da haben wir auch nur 30. Wir müssen bei der bleiben. Gucken wir uns aber erstmal um, ob es hier was gibt. 38er Patron. Mit Leuchtwälder ist ein bestimmtes Jagdgewehr. Ja, ja, Preston. Alles klar. Ich guck dich nicht mal an. Hier ist auch nix. Ne. Gut. Gehen wir nach unten oder nach oben? Ich würde sagen, erstmal nach oben, oder? Und kämpfen uns von oben nach unten durch. Nach Froschenhals. Okay. Er ist dadurch schon gestorben. Ein ziemlich großer Haufen Schrott. Lederrüstung, Metallrüstung, Schweißerbrille. Was hab ich eigentlich für eine Waffe aufgehoben? Na. Aber 308er, das ist mein. Leuchtwälder ist hier. Das ist ja Scharfschützen. Jagdgewehr. Ich will nicht so viel sammeln. Die. Ablegen. Ich will nicht so viel sammeln. Was wir nicht brauchen. Ich muss den Skill mal nehmen. Ich glaub, auf Glück war das, dass man mehr Munition findet. Komm, der Turm. Komm, der Turm. Denkst du, du könntest dich verstecken? Ich bin noch hier. Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich runtergefallen. Achtung, Kanate! Ja, er macht ihn mal. Ich würde mich nicht mit den Windesmen anlegen sollen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Was ist denn er das? Level up. Jo, hey! Was nehmen wir denn? Ähm. Ich bin ja für Charisma. Damit wir eine Handelsroute machen können. Oder hier. Du weißt, wie man einen verbogenen Kronkorken schnurre. Du weißt, wie man plünert, um weiterzukämpfen, und findest mehr Munition im Behälter. Ja, ich denke, das ist, glaube ich, erst mal mit eines der Wichtigsten. Weil Munition ist ja nun wirklich... Ah. So. Dann haben wir Tom den Turm fertig gemacht. Der Name sagt mir auch nichts. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin zu alt geworden. Echt. Alzheimer ist grüßen. Aber 45er Patron. Kurzkampfgewehr. Ein Kampfgewehr haben wir noch nicht. Nehmen wir mal Stachelrüstung. 10, 12, 0. Ne, will ich nicht. Molotow lasse ich ihm auf, weil... Ich habe keine Lust, Preston das zu geben. Da kann ich was machen. Weil er ein Idiot ist. Nein, wir können nichts machen. Okay. Nein, wir können nichts. Wir können sie höchstens umnehmen, aber das machen wir erst, wenn wir sie wirklich modifizieren sollten. Das kann ja... Nach all den Jahren. Was? Bier, Recept, Patriot, Porter. Patriot-based, Tattoo-Mesh, Ingrid, Hupfler, Mentats, Never Grapple. Warum ist das auf Englisch? Keine Ahnung. Ich habe den Mod, äh... Wie heißt der? Unoffizielle Fallout-Mod Datensperren-Einsteiger auf Deutsch genommen. Ach, wir sollen wieder knacken hier. Ähm... Herr hat neun Treffer. Dann... Gens hat auch null. Dann... Plus hat auch null. Fängt ja schon gut wieder an mit dem Zeug hier. Da ist eine Klammer. Nein, ist keine. Brille putzen. So, wo sind wir denn hier? Kommt schon. Werdet doch wohl... brav sein. Er sieht nicht dann doch hier. Da war eine Klammer. Noch eine. Hier ist nix. Ist hier was? Nein. Hier. Lace. Oh, wir haben wieder vier Versuche. Okay. So ging es etwas. Also. Juk, kommen wir ja mal ausprobieren einmal. Nein, hat aber einen Treffer. Juk, Juk. Was haben wir denn noch? Take. Wenn es das K ist, auch ein Treffer. Dann ist es K oder E. ist es K oder E. Gut, Frage, nächste Frage. Dann würde ich auf Race tippen. Hat auch einen Treffer. Ja, ja, toll. Was ist das E dann? Was hat noch E? Wife. Sollen wir es versuchen? Ja. Ja. Probleme. Ja, die hat jeder. Die Crew wird langsam nervös. Haben zwar noch jede Menge Bier, aber das Essen wird langsam knapp. Hab Sparta und ihre Crew aus dem AADTSL losgeschickt, um was zu finden. Aber wenn wir nicht bald was Essbares auftreiben, werden die Jungs abhauen. Das staatliche Vorratslager wäre die beste Lösung. Aber die Eltern von Lilly und Red Tourate haben den Schlampen wohl nie beigebracht, dass man seine Sachen mit anderen teilt. Wenn wir nichts von Sparta hören, werden wir bald einen Angriff fangen müssen. Hab Scheiße gebaut. Okay. Wir haben versucht, das Lager zu stürmen, aber Lilly, Red und ihre Crew haben sich da wie Zecken festgesetzt. Haben die Hälfte meiner Männer erledigt, bevor wir abhauen konnten. Drag und Hook konnten immerhin ein paar Geiseln nehmen. Vielleicht können wir sie gegen ein paar Fancy Lads Kuchen eintauschen. Immerhin brauchen wir jetzt nicht mehr so viel Essen. Auch gut. Jackpot. Lilly. Scheiße. Das ist Lilly. Die Schlampe würde ich überall wieder erkennen. Drag hat die Geiseln vom Überfall in mein Zimmer gebracht. Und als ich Lilly gesehen habe, wusste ich, dass alles gut wird. Jetzt wird Red an den mit uns eingehen müssen. Es sei denn, sie hätte ihre Schwester gerne in kleinen Stückchen zurück. So viel Essen. Ich habe noch nie so viel Essen gesehen. Als ich ihr gesagt habe, dass wir ihre Schwester haben, dachte Red, ich verarsche sie nur. Aber ein Brief von der kleinen Schwester brachte da schnell Klarheit. Jetzt kommen massenweise Kisten an und wir Rekruten. Wenn das so weitergeht, können wir uns dieses Jahr noch Korwege oder Dibitech vornehmen. Scheiße. Scheiße, wie konnte sie entkommen? Ich habe die Schlampe am Boden festgekettet. War noch halb am Schlafen, als sie mich angegriffen hat. Dachte, ich würde auf ihr Bein zielen. Scheiße, jetzt ist überall Blut. Oh Gott. Ich muss das hier sauber machen und gleich irgendwo deponieren. Warum? Das darf keiner wissen. Wenn Red erfährt, dass ihre Schwester tot ist, wird sie uns einen Scheißdreck geben. Problem gelöst. Heute ging ein Gerücht über eine fette Karawane rum. Die ganze Crew ist los, um sie sich zu schnappen. Nur ist sie leider nie aufgetaucht, weil es sie gar nicht gibt. Während alle unterwegs waren, habe ich Lily in einem der Fässer deponiert. Ich glaube sogar, dass sie den Geschmack verbessert hat. Damit wäre schon mal ein Problem gelöst. Aber die Gang ist tot, falls wir nicht weiter Lebensmittel geliefert bekommen. Und das heißt, diese Briefe müssen weiter rausgehen. Ich sollte mich wohl mal nach Stiften umsehen. Corvega. Scheinbar hat jemand Jared ausgeschaltet. Ich habe den kämmensüchtigen Bastard zwar gehasst, aber er war echt kein Waschlappen. Wir brauchen mehr Knarren. Ja, das waren wir. Gut, das waren wir. Oh, hier. Was haben wir denn hier? Fashion Sub-Team für die verherrschende Lack-Winnef-Marke. Redcoat Alley. Jede versuchte... Achso. Okay, das ist die Bier-Marke. Ja. Sonst war hier nichts. Brauchen wir nicht. Ja gut, bevor ich hier weitermache... Das heißt... Perfekt. Du kannst jetzt Lattenzäune in Siedlungswerkstätten bauen. Sehr gut. Was haben wir hier? Schönes Geduld. Mentez. Ja, zwei Flaschen nehme ich mal mit. Wir brauchen ja... Was hat Boston Wackeln? Das ich hier... Okay, nehme mal mit. Kronenpuppen 308. Taktisch gehärtet gepostet, lackierte Metallrüstung. Nein. 308er. Schaden 8. Nein. Ich würde aber sagen... Ah, ich schlafe eine Stunde und speichern. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentartipps und Tricks. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Adios. 天päck. Ich schlafe drei